Hallo, ich bin Dominik, der Sänger von Meine und neben mir sitzen meine Bandmitglieder Ludwig, der Schlagzeuger, Chris, der Keyboarder, ganz außen Tim, der Gitarrist und neben mir Tim, der Bassist. Ja, wir sind heute hier, um unsere EP Everything's Changing vorzustellen. Ja, bei unserer neuen EP Everything's Changing haben wir echt eine ganze Zeit im Studio gesessen. Es war uns wichtig, dass einfach die vier besten Tracks, die wir gerade haben, mit drauf sind. Das sind Everything's Changing, Stop Me From Falling, Stories und Holiday. Geben einfach einen super Überblick über alles, was wir musikalisch so machen, die Zeit im Studio. Wir haben beim Mix Berlin hier in Berlin direkt aufgenommen, hat echt großen Spaß gemacht, aber war auch echt anstrengend und wir sind tierisch froh, dass das Ding jetzt endlich rauskommt. Bei unserer neuen EP Everything's Changing war es uns, obwohl der Titel das vielleicht vermuten lassen könnte, nicht wichtig ist, alles zu ändern, sondern wir haben uns einfach bemüht, das Niveau einfach der vorherigen EP aufzugreifen und da wieder anzuknüpfen, haben einfach mehr Geld und mehr Zeit einfach noch in die Produktion gesteckt, haben diesmal, was Design-Cover angeht, alles selbst gemacht und vor kurzem auch unser Musikvideo gedreht, was inzwischen schon auf YouTube zu sehen ist, auch zum Titelsong, was auch einfach mit dazugehört jetzt für uns. Ja, also vergangenen Sommer waren wir in Berlin im Studio bei Mix Berlin, Sebastian Braunreuther und haben drei von den vier Songs dort aufgenommen. Zusätzlich haben wir noch den Weg gemacht nach Wiesbaden zu Peter Ries, der ist unter anderem bekannt durch Produktionen von Falco, No Angels und es war super. Wir sehen uns beim nächsten Mal.